Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle sei kurz erklärt, wie man als Interessent für den DVT-Fachkundekurs oder für die DVT allgemein den Download aus dem Google-Ordner, den ich für Sie angelegt habe, ausführt, damit man die Dateien und das Programm für die DVT-Betrachtung herunterladen kann. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Seite jetzt hier kennen. Das ist also die Seite dentartutorial.de. und zwar befinden wir uns hier unter dem Gastzugang an einer Stelle, wo wir hier einen Button haben für den Download aus dem Google-Ordner. Den Button habe ich kurz gedrückt und springe damit in den eigentlichen Google-Internet-Ordner. Das ist ein Ordner, der eine geheime Kennung hat, die nicht jedem zugänglich ist, also nicht jeder im Internet kann das sehen. Man muss schon diese Kennung kennen, damit man diesen Ordner erreicht. Sie dürfen hier einen kostenfreien Download ausführen. Das Programm, was mitgegeben wird, ist an der Stelle lizenzrechtlich so abgesichert, dass ich meine DVT damit herausgeben darf und damit auch das Programm. Sie können also jetzt in diesem Ordner hier an dieser Stelle mit der Maus über diesem Symbol hier schweben und dann sehen Sie einen kleinen Pfeil für den Download. Sollten Sie an dieser Stelle nicht in diesem Ordner landen und sollte Google eine Anmeldung von Ihnen wollen, liegt es daran, dass Sie vorher mal sich bei Google angemeldet haben und Google denkt, Sie möchten dort wieder rein. Löschen Sie bitte den Zwischenspeicher von Ihrem Internetbrowser oder öffnen Sie den Internetbrowser. Das geht hier beim Google Chrome sehr einfach im sogenannten privaten Modus. Dazu drücken Sie Steuerung, die Shift-Taste, also die Pfeiltaste nach oben und N und Sie starten den sogenannten Incognito-Modus, in dem also die sämtlichen Daten, die auf Ihrem Rechner liegen, nicht dafür verwendet werden, dass man an der Stelle eine Seite nochmal im bekannten Modus aufruft, sondern Ihr Zwischenspeicher ist hier komplett leer. Und der Browser weiß gar nicht, dass Sie da an der Stelle schon mal bei Google waren. Das wäre eine Möglichkeit, um dann hier in diesem Ordner tatsächlich aufzulangen. Der Ordner hat folgende Ansichten. Wir haben einmal hier die Ansicht mit dem großen Icon, mit dem kleinen Pfeil hier links oben in der Ecke oder man klickt hier oben rechts, wo sich meine Maus jetzt befindet, einmal kurz auf dieses Symbol. Dann haben wir die sogenannte Listenansicht. Wenn Sie dann in der Listenansicht mit der Maus über der entsprechenden Zeile schweben, haben Sie hier die Möglichkeit, die entsprechende Datei herunterzuladen. Ich breche das mal kurz ab und gehe in die andere Ansicht zurück. In dieser Ansicht, der großen Symbolansicht, haben Sie hier links oben über dem Symbol einen kleinen Download-Pfeil. Wenn Sie den drücken, startet entsprechend dann auch der Download. Ich starte diesen Download jetzt und wir sehen, dass ein Virenscan, und das wird von Google jetzt hier eingeblendet, nicht von Ihrem eigenen PC, dass ein Virenscan an der Stelle nicht möglich ist. Also Google hat das hier so abgesichert, dass Google auch nochmal drauf schaut, ob ein möglicher Virus oder sonst irgendetwas in der Datei, die man herunterlädt, da vorhanden ist. Machen Sie sich da keine Sorgen. Gehen Sie hier an dieser Stelle auf Trotzdem herunterladen. Ihr eigener Virenscanner wird sicherlich auch an der Stelle überprüfen, ob das dort erfolgreich war, der Download, und ob da keine Viren mitgegeben worden sind. Ich schließe jetzt dieses Fenster und simuliere jetzt quasi, dass der Download durchgeführt worden ist. Ich habe die Datei, die da heruntergeladen werden soll, schon auf meine Festplatte hier kopiert. Normalerweise legt das Betriebssystem Windows ab der Version XP die Downloaddateien in einen speziellen Ordner unter ihrem jeweiligen Username. Wir sehen hier die Oberfläche des Kursrechners von Detailvolumen.de. Da ist der Username in diesem Falle hier DVT-Kurs. Und wenn wir uns in den Ordner vom DVT-Kurs hier reinbegeben und hier den Unterordner Downloads aufsuchen, dann sehen wir hier den entsprechenden Download, den ich gerade ausgeführt habe. Ich verschiebe diesen Download jetzt hier auf meinen Desktop und damit habe ich die Datei, die ich haben wollte, auf meinem PC an der richtigen Stelle liegen. Ich kann nun mit einem Doppelklick diesen Ordner hier öffnen. Das heißt, hier wird mein Programm 7-zip mitgestartet. Dieses Programm 7-zip, man erkennt das hier oben links an der kleinen Markierung, ist ein Programm, was diese Dateien wunderbar entpacken kann. Wenn man also jetzt hier diese Datei bzw. diesen Ordner hier markiert und auf Entpacken geht, legt er an dieselbe Stelle auf dem Desktop dann den entsprechenden ausgepackten Ordner, den wir jetzt hier sehen. Sollten Sie das Programm 7-zip noch nicht haben, dann geben Sie einfach in die obere Browserzeile 7-zip ein. Und dann werden Sie automatisch im Prinzip sofort die Seite 7-zip.de finden und dort können Sie dann hier dieses Entpack-Programm für Windows herunterladen und installieren. Das ist kein Hexenwerk, das sollte Ihnen eigentlich ganz gut gelingen. So, der Ordner ist jetzt also hier entpackt. Wir gucken mal kurz in den Ordner hinein. Da sehen wir einmal hier die CareStream Software 3D Viewer. Wir sehen hier die DVT. Wir sehen hier Videotutorials für den ersten Befund und die sogenannten Befundformulare, mit denen man dann diesen Befund verschriften kann. Wenn Sie soweit sind, haben Sie alles heruntergeladen, was Sie brauchen. Die Installation für das CareStream Programm in der Version 3.5.1.8 werde ich gleich im nächsten Video erklären.